Fußball-Wetten 30.07.2019 Tagesgewinn, 333 Euro Quantenmechanik-Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube, hier zeigt sich, dass Akkumulationsten letztlich immer zum Gewinn führen, hier haben eben die niedrigsten Kften gewonnen, aber trotzdem ein Nettogewinn abzüglich der Einsätze. Dienstag 30.07.2019 Kaiserslautern Ingolstadt 1 durch 0,2 durch 0,2 durch 1,3 durch 0,3 durch 1,3 durch 2 0 durch 0,1 durch 1,2 durch 2,3 durch 3 0 zu 0,9 Euro 9 Euro. U. Erdingen, Unterhachingen 1 durch 0,2 durch 0,2 durch 1,3 durch 0,3 durch 1,3 durch 2 0 durch 0,1 durch 1,2 durch 2,3 durch 3 2 zu 2 12,50 Euro 112,50 Euro. Würzburg-Großaspach 1,0 durch 0,2 durch 0,3 durch 1,75 Euro 534,38 Euro. 0 mal 10 mal 3 Einsätze gleich 300 Einsätze. Gewinn 534,38 Euro. Einsatz 300 Euro. Netto 234,38 Euro. Dienstag 30.07.2019 Tel Aviv-Groi 1 und 0,2 zu 2,3 Euro 3 Euro Basel-Eindhoven 1 und 0,2 zu 1,2 Euro 35,7 Euro 5. Fahleta Budapest 1 und 0,1 zu 1,3 Euro 75,6 Euro 24. Pigeus-Pilzen 1 und 0,4 zu 0,1 Euro 65,43 Euro 62. CSA-Gremio 1 und 0,0 zu 0,3 Euro 130,87 Euro. 130,87 Euro. 2 mal 2 mal 2 x 2 mal 2 Einsätze. 32 Euro. Wette 2 Netto 98,87 Euro. Wette 1 Netto 234,38 Euro. Gesamt 333,25 Euro.